hallo und ich begrüße euch jetzt ganz herzlich dass ihr bei mir auf den kanal gelandet seit ich bin der siropeat und wollte euch ganz einfach nur mich mal vorstellen ihr werdet hier auf meinen kanal hauptsächlich let's place sehen und falls bedarf danach ist werden natürlich auch andere themengebiete abgegraben wie vielleicht auch mal openings oder halt vielleicht auch wenn es der andere interessiert mal ein bisschen real life zu meiner person oder auch nicht wenn es euch egal ist aber wie gesagt hauptsächlich werde ich ja spielen und ihr müsst es über euch gehen lassen und ja also ich hoffe ja dass ihr wenigstens etwas spaß daran haben werdet ja hier beim spielen zuzusehen also wir sehen uns im video und haut rein